Die A18 First Edition hat folgende Besonderheiten. Die historische Tanklinierung, ein umfangreiches Chrompaket, die Plaketten auf den Seitendeckeln und exklusiv auf der Sitzbank. Was man sieht, ist das mechanische Teil. Und es ist die stagte Mechanik. Mechanik ist das Luxury des Zukunfts. Es ist das dominierende Motorrad, es ist all die Details, es ist die Formen, es ist die Refinement. Und das ist sehr faszinierend für mich. Alle sind unterschiedlich. Alle haben ihre eigene Ziele. Und so, die Leute lieben, ihre eigene Ziele auf dem Motorrad. Deshalb ist es so wichtig, dass es die Parten zu haben, um die Arbeit zu machen. Und wir haben eine klassische Motorrad-Bike, wie dieser Motorrad-Bike. Es ist ein Muss für uns, um es in Berlin zu bauen. Und wir sind sehr stolz, um es zu bauen, um es in Berlin zu bauen. Und deshalb haben wir die Signale, Berlin-Build, in der Speedometer. So, der Box engine means life. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020